Willkommen bei der letzten Folge für dieses Jahr. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Ich bin Felix Achberger und das ist eben besagter kleine Podcast. Und erstmal vielen lieben Dank erstmal an euch alle, dass ihr immer wieder die Folgen euch anhört, euch runterladet und streamt. Und ja, erstmal danke, danke, danke dafür, dass es alles so wunderbar und toll immer geklappt hat. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, was mache ich denn jetzt so am Ende letzter Folge? Klassischerweise, was man immer so früh im Fernsehen gesehen hat, ich mache einen kleinen Rückblick. Vielleicht auch für euch eine kleine Inspiration, alte, in Anführungsstrichen, Folgen euch mal reinzuziehen und die runterzuladen. Ich erinnere mich zum Beispiel, das war relativ früh am Anfang des Jahres 2020, an den Drogenhund Vicky. Die Vicky vom Ulmer Zoll, eine Drogensuchhündin, die damals unsere ganze Redaktion auf den Kopf gestellt hat. Ich erinnere mich an ein tolles Interview mit dem Ulmer Tierarzt und sehr erfolgreichen Blogger Ralf Rückert. Bei ihm war ich in der Praxis. Zu Besuch war ich auch unter anderem im Fressnapf in Neu-Ulm. Das Hundslädele in Laichingen in Machtholzheim, in Ulm-Göcklingen, der tolle Laden Biber, kleine Hälfchen, wo ich Tretroller gefunden habe, vor die ihr euren Hund spannen könnt. Dann zum Beispiel war ich 2020 auch beim Hundefriseur in Etlishofen-Biebertal. Also nicht ich, sondern der Hund. Da werden Hunde übrigens auch geblowt. Bis aufs Unterfell alles raus. Tolle, tolle Geschichte, hätte ich nicht gedacht, war ich komplett überrascht. Ich erinnere mich an den Hundesport-Agility-Champion Chris Lucke in Jungingen, der da auch eine Agility-Schule hat. An ein tolles Interview mit Christine Theis und ihrem Hund Hermes, die ja unter anderem, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Explosion am Günzburger Bahnhof. Da hat die mitgeholfen und war tatsächlich auch mit an dieser Rettungsaktion beteiligt. Dann ein absolutes Highlight für mich zumindest, das Treffen mit den beiden Jägern. Thomas Brettschneider und Tito Pascha aus dem schönen Kiesenthal bei Bollingen. Also Hundehalter ist da mal auf Jäger getroffen. Das war wirklich sehr toll, ein absoluter Augenöffner. Es gab auch viele tragische Geschichten, zum Beispiel Biancas Hund, die Dobermann-Dame, die im eigenen Garten in Talfingen vergiftet wurde. Und natürlich auch ganz heftige Geschichte und nochmal danke für all die tollen begleitenden Worte, die ich da von euch bekommen habe. Der Tod meines Hundes von meiner Morangi, die es dieses Jahr leider nicht geschafft hat, ist ja leider an einem Gehirntumor gestorben. Vielen Dank auch nochmal an die vielen tollen Tierheime und die tollen Hunderettungsorgas, wo ich mir neue Hunde angeguckt habe. Und natürlich auch die Folge, wie ich meine Hündin dann eben gefunden habe, die ich jetzt habe zu Hause. Meine kleine fetzige Rasa, die bestimmt in diesem Moment gerade auf dem Bett liegt oder auf dem Sofa und vor sich hin schnarcht. Es war ein super tolles Jahr. Vielen lieben Dank natürlich auch und vielleicht auch der größte Dank, wie immer an meinen Kumpel und Tiertrainer und Therapeut Thorsten Benle von Stressfrei Hund und Mensch, mit dem ich ganz viele Folgen zusammen gemacht habe. Und natürlich auch an die Steffi, die immer wieder mitgeholfen hat bei unseren tollen Themenfindungen oder bei irgendwelchen Shopping-Tipps. Ich freue mich unglaublich aufs Jahr 2021, hoffe, dass es nicht ganz so chaotisch wird wie dieses Jahr und dass wir uns alle hoffentlich bald mal wiedersehen, ob mit oder ohne Hund. Rutscht gut rüber und passt auf euch und auf andere auf und natürlich auch auf eure Hundis. Bis bald, euer Felix.